Ich bin Paula, ich komme aus Italien, wohne seit sechs Jahren in Hamburg und ich bin Partin von Rashid aus Afghanistan. Rashid habe ich bei der Caritas kennengelernt. Sie haben ein tolles Tandem-Projekt und ich habe immer Lust, neue Leute kennenzulernen und ich habe mir gedacht, das Tandem für mich ist eine sehr schöne Gelegenheit, diese Menschen, die nach Deutschland kommen, besser kennenzulernen. Ich heiße Rashid Payam, ich komme aus Afghanistan, ich bin seit zehn Monaten in Deutschland gekommen. Mein Hobby ist Fahrrad fahren und Tischtennis spielen und Fotografie mein Hobby ist und mein Job ist auch. Rashid hat mir erzählt, dass er Kunst studiert hat und dann hat er mir auch ein paar Bilder gezeigt, weil er liebt Fotografie. Er hat selber hier einen Fotoapparat und macht sehr gerne Fotografie. Er hat mir auf dem Laptop ein paar Bilder gezeigt von seinem Land. Wenn ich Fragen habe, kann ich Paula fragen. Wir gehen zusammen zur Ausstellung. Ich wünsche mir hier mein Kunststudium an der Universität zu Ende machen zu können. Ich will Rashid helfen, einen Job zu finden, weil er hat ganz viel Lust, sich selbstständig zu machen und sich total zu integrieren in unserer Gesellschaft. Ich unterstütze ihn und mache alles Mögliche, damit er neue Kontakte bekommen kann, damit er neue Leute kennenlernen kann. Also ich lerne selbst von der Stadt, von diesem Land. Das ist eine sehr nette Gelegenheit. Ich lerne das nicht alleine, sondern mit einem neuen Freund. Die Hundrainin